Das Quest- und Aktionsspiel Schlag den Star, ist ab heute für die Nintendo Switch erhältlich. Der Launch-Trailer zeigt einige der verfügbaren Minigamers. In dem Titel können bis zu vier User gemeinsam die verschiedenen Minispiele erleben. Schlag den Star kann zudem im TV- als auch im Tablet-Modus genutzt werden. Die Switch-Version bietet zwei Schnelldurchgänge. Außer dem normalen Show-Modus mit 15 Spielrunden können die Spieler jetzt auch den halbe Show-Modus mit 7, oder den Best-Of-Train-Modus mit maximal 3 Spielen wählen. Und wer erst einmal trainieren möchte, kann im Modus freies Spiel alle Games einzeln ausprobieren. Wie in der TV-Show geht es auch im Videospiel um Geschicklichkeit, Aktion, Sport und Wissen. Insgesamt 25 Spiele, die Quiz- und Aktion-Elemente miteinander kombinieren, sowie weit über 8000 Fragen warten auf die Nintendo Switch-Freunde. Alle Spiele haben schon in den TV-Sendungen Schlag den Star und Schlag den Rab für beste Unterhaltung gesorgt, heißt es. Schnelldurchsendungen Schlag den Schmutz-Versteiger, aber auch über 8000 Fragen verschreiben, größte, ganz gut über 900004원. Schnelldurchsendungen Schlag den Lader, 805-405-2095-20255-20258-2009-20255-20255-5255-90255-6255-206.